Die Schrottherapie ist immer ganz individuell. Die Schrottherapie ist eine individuelle Therapie, wo wir versuchen, bestimmte Stellen des Körpers zu korrigieren, beziehungsweise die Wirbelsäule zu korrigieren. In der Lendenwirbelsäule beispielsweise eine schwache Muskulatur aufzubauen, für Thorakalskoliosen beispielsweise Rippen, die durch die Skoliose zu eng sind, aufzudehnen und die Wirbelsäule wieder zur Mitte zu korrigieren. Für alle Menschen, die Skoliose haben, wir haben in unserer Klinik Patienten von 7 bis 80 Jahren und jeder, der Skoliose hat, hat seine Wehwehchen und deswegen ist er in unserer Klinik und mit dieser Therapie sehr, sehr gut aufgehoben. Es ist absoluter Bestandteil unserer Therapie, dass sie zu Hause weitergemacht wird, dass man in der Klinik seine Übungen bekommt, die man zu Hause machen kann mit ganz, ganz wenig Material. Es gibt aber auch ambulant Schrottherapeuten, die wir in unserer Klinik ausbilden, zu denen unsere Patienten hingehen, um ihre Übungen nochmal überprüfen zu lassen, vielleicht ein bisschen intensiver zu arbeiten, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man das zu Hause weiter praktiziert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017